S&G Halt Dorn der Arme wo ist mit das Blödsinn mann mann voll ab neiner Orte kann nicht sein auch kaum da wiederbelebt werden wo seid ihr da seid ihr zweckige sich haltet für die Taktiken rennen und schießen wenn schießt Sterbensborn das Mikrorein schreit Und die Mutter des anderen beleidigen, nicht vergessen. Ja genau. Mother of all Bombs hier. Dann soll ich mal ein 2 gegen 2 Duell machen, weil sich immer einer einmischt. 1 gegen 1 meine ich. Ja da kommt immer wer von der Seite, das ist immer so. Ja wie viele kommen denn da noch? Maximal 3, mehr nicht. Ja außer sie spawnen dann alle eben im Hinterland, weil so unendlich viel so Kreislaufen kann man jetzt immer durchströmen. Ja weißt du was, wir haben alle so ein Cheat, dass wir immer direkt hinter dir spawnen. So wie bei MP3 ey, das ist so schlimm ey. Ja, das habe ich auch gehört. Banane des Bösen. Nein! Gott, wer schießt mich da an? Wer der Zeuge des ultimativen Aimings? Die Banane hat zurückschossen, stell dir vor. Jetzt hat die irgendeine Skype angestiegen, ich muss mich immer auf den Scheppling. Da war der Kopf weg. Nein, 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 mach nix! Ah, hau ab von mir! Dani, komm zu uns! Nein! Wir leben, hattest du noch? Zwei, eins. Nein, ich rette sie. Dankeschön. Nein, nein, du reciehst sie nicht. Ach verdammt. Doch, doch, doch. Nein, liebe Lau, recie. Doch, das tut er, weil er ganz lieb ist. Nein, mein Kopf nicht platzt. Das ist böse. Der Mai! Der springt. Ja, der guckt da wieder um die Ecke mit seinem V. Oh Gott. Ja, 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 ja. Nein! Nice. Alter, der Wabbel-Dinosaurier ist voll genial. Uiie! Das springt nur rum hier. Ist voll cool. Das ist Granate. ja man endlich mal die gescheite waffe hier wieder mal die ich habe schon wieder die farmers nachmache da kommen sie ja von der seite ist aber die map ist auch riesig die map ist wirklich riesig also ich habe diese komische farmers aufgehoben alter revolver gibt mir meine scheiß waffen zu klauen kommst du jetzt nicht hinterher oder weiß ich ja das war so klar das war das bohr treffen muss man glaube ich auch dabei die waffe ist ja so scheiße ich will wieder meine ich habe das noch nie hinbekommen außer mit der type 95 weil die fp ist nein mit schnellfeuer kriegst du da keinen einzigen hitmarker einmal klicken einmal treffen einmal tot die granate oder acht leben hat eine übrige kappt der bg ich bin davor stehen geblieben scheiße ich wollte mir fast einen rocket launcher kaufen ich habe es aber gelassen ich würde mir lieber diese armor kaufen die finde ich irgendwie geiler will die mal haben das bringt überhaupt ist dieser roboter glaube ich also er war so alle alle geräumt hat war gestorben alter leute immer von hinten ist immer sicherer ich merke schon eine lektion fürs leben immer von hinten von hallo ja ich brauche zu Tonegeplüge was hieß denn das für ein Scheißspiel House Faction ich glaube hinterher wie auch immer du bist ja ja mach mal mach mal hier werde ich hab ich kein Problem jetzt so lange du vorgehst ich erkenne sowieso nicht die Stimme von irgendjemand außer von Maxi und Hell nein nein was was wo war der schon wieder jetzt gehts aber los ja hallo oh nein oh Assist wir hatten den jetzt erwischt Rockets Dinger lol irgendwann hab ich mit so einem Raketenwerfer abgeschossen oh unter mir ist jemand Rival Agent Hellgaming 80 Bananen Eiße Rivalen Agent Loll NEEIN 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 Scheiße Du springst runter dann achte ich darauf NEEIN 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 Scheiße Von wem NEEIN Von mir Scheiße In meinem Keller liegt ne Leiche Ich bin's nicht genüssen Ich bin's nicht genüssen Ich bin's nicht genüssen Ich bin's nicht genüssen Scheiße Scheiße Verdummt Ah scheiße Seid ihr jetzt schon wieder hin Komm ich denn da hoch Ich bin's heute noch lol hochladen NAAAH BABABAH NAAAH BABABAH NAAAH von hinten Ach lol ich hab mich fast mit meiner eigenen Granate eliminiert Jetzt gibt es mich auf gleiche Weise wieder zurück Hahahaha Den Messer ich Scheiße Nein meiner Ah den kannst du messern Ach Der ist aber nicht in meiner Regen Doch das Messer ist Du hast aber da so dein Arm aufstretchen und dann geht es schon So 20 Meter Ja Go go Gadget Arm Ja achso Go go Gadget Messer Man lauft doch nicht immer so zickzack hier Ah Er hat der Vordergrund Ich bin ganz langsam auf dich zugelaufen und dann Schilder ist okay für da vorne sind sie das sind alle schweige Einen hab ich und zweiter bleibt laufen Aaaaaah wenn du jemand up-to-em-Gandaten schlussend schlussend Rücken ich hab die Banane jetzt weiß ich auch wo deswegen gesagt wurde dieser Ja, hier, Warlhack. Ohne Warlhack kann man noch nicht spielen. Nee, nicht. Spiele ohne Warlhack-Spiel. Oha. Jetzt geht's ja mal los hier. Alter, du hast dich selbst getötet. Ist auch geil. Die Rakete wohnt irgendwie nicht. Du warst ganz von Bordeseiten. Einfach den Kopf weg. Nein, 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 nein. Nein, die Messer lassen. Die Messer. Ja, ich hab ihn gemessert. Dein RedStick, bleib liegen. Bleib liegen, bleib immer noch liegen. Ich hab den Half-Life Revolver. Nein. Nein. Wie redest du, Dani? Warte. Da noch einer. Hallo. Ihr habt sie wiederbelebt. Steh auf und mahnt sie nieder. Mahnt sie nieder. Er hat mich niedergemacht. Funktioniert. Oh, Mann. Also an eurer Taktik müsst ihr doch besser fallen. Ah, unsere ist die beste, alter Messer, ey. Ja, ich lauf vor, sterbe und du messerst sie. Finde ich gut. Oh, Alter, Leute, ich werd hier ins Kreuz voll genommen. Hell Gaming, bist du... Ah, Hilfe! Alter, Leute, grad draußen ist er förderlos gegangen. Mann! Mit 13, mit 13 hat du überlebt, Max. Und ich ist grad draußen, draußen auf der Strasse, und ich hab grad den Böller losgegangen. Ich hab mich grad so erschrocken. Hast du mich grad wirklich mit nem Raketenwerfer abgeschossen? Ja! Ach du Scheiße. Da müssen die schweren Geschütze ausgepackt werden hier. Ganz schön dicker Gewehrkolben. Ah, der ist er, der ist er, der ist er. Nein, 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 nein. Was? Selbstmord, wie viel verarschen! Ich bin über... keine Ahnung, über ne Fliege gestolpert. Bleib stehen! Bleib stehen, du musst da. Nein! Ah, Scheiße. Der hat mit seinem scheiß Raketenwerfer da, ey. Ah, Mann. Wer hat denn den Raketenwerfer überhaupt? Der True Trip hat den Raketenwerfer. Ah, jetzt hol ich mir auch einen. Oh, dieser... Jetzt kommt er mit den Anzug mal holen. Diese 1 gegen 1 Situation, ey, da wirst du bekloppt in dem Spiel. Oh, ja. Aber ich finde das eigentlich recht nice, das Spiel für Play for Free kann man, finde ich, da nicht meckern. Wow, doch, macht schon Spaß dafür. Alter, jetzt hör mal auf mit deinem scheiß Raketenwerfer dahin. Ich fliege die ganze Rakete um die Ohren, ich hab doch gar nichts getan. Verwerden sich die Raketenwerfer. Ja, in der Luft verteilen sie sich so, oder? Ist denn hier einer? Vielleicht fehlt nur ne Rakete auf mich zukommen. Oh, Scheiße, hab ich... Daneben ge-aimt hier. Ah, nur ein bisschen. Oh, Niedernagel. Kann mir irgendwo gut game schreiben? Wo ist hier der Chat? Äh, keine Ahnung. Mein Gott. I don't...